Ich bitte euch einzudauchen mit eurer Atmung und mit jedem Einatmen, euer Bewusstsein, euer Dasein zu öffnen und mit jedem Ausatmen alles fließen zu lassen. Alles loszulassen, einzudauchen in euren Urgrund, einzudauchen in eure ureigene Verbindung, die ihr da habt, zu euch selbst, in euch selbst. Ihr da fühlt im Inneren eures Daseins. Erlaubt euch, eure Energie fließen zu lassen. Und euch über den Atem zu verbinden mit der kleinen kristallinen Kugel, die da einströmt in euren Körper, über eure linke Nasenöffnung bei Frauen und der rechten Nasenöffnung bei Männern. Lasset die kleine kristalline Kugel aufsteigen bis zur Mitte eurer Stirn, um dort eure Zirbeldrüse zu aktivieren. Euer drittes Auge zu öffnen und euch bereit zu machen für das, was nun kommen mag. Euch zu öffnen für die neue Sicht. Für die neue Wahrnehmung. Weiter ist die kleine kristalline Kugel hinein in die Mitte der Mitte eures Kopfes. Um auch hier alle eure Zentren, alle eure Drüsen zu reinigen, zu klären, zu stärken und euch zu öffnen. Für die neue, kraftvolle Energie, für das neue Feld, das sich nun eröffnet. Weiter fließt die kleine kristalline Kugel hinein. Zum Gaumen, zur Kehle und zum Herzen. Um auch hier all die Zentren zu öffnen, die Verbindung herzustellen. Und die Kraft eures Herzens zu aktivieren. Betrachte deine kleine kristalline Kugel. Betrachte die Reise, die sie zurücklegt und ihre einzigartige Wirkungsweise. Weiter fließt die kleine kristalline Kugel hinein. Bis zum Wurzelschakra. Um eure Wurzel zu stimulieren, eure Verbindung zu öffnen. Und dann wieder aufzusteigen an eurem Körpervorderseite. genau bis zwei Finger breit oberhalb des Nabels. Um dort einzukehren und ihren Ruhewohl zu finden. Den Ruhewohl eures Geistes. Den Sitz eurer Seele, eures unktes Licht. Tretet ein in eure ureigene Verbindung. Tretet ein in euren unktes Licht. In die Verbindung mit eurer Seele. in die Verbindung eures Seins. Gebe dich hin diesen Strahlen und diesen Leuchten. Gebe dich hin dieser wunderbaren kristallinen Energie, die da entsteht. Und lasse dich umhüllen von dieser kleinen kristallinen Kugel. Frau Gershker Das ist dieître. Verstehen Sie eine ganzprozesse auf der Handel. Verstehen Sie mir diesen. Verstehen Sie sich zu optimieren und nachzudenken. Verstehen Sie sich am Anfang. Verstehen Sie sich an die Falanche, Verstehen Sie sich am Anfang anzeln. Der dieonymous Knitte ist die Politik anzeln. Verstehen Sie sich am Anfang anzeln. Gerade jetzt, in dieser Zeit, wird es immer klarer, deutlicher, dass alles mit allem verbunden ist. Dass keine Trennung herrscht, kein Anderssein, egal, was sich zeigt, egal, was ist im Außen, alles ist verbunden. Alles gehört zu mir. Alles ist mein Spiegel da im Außen. Meine Projektion. So ist es an der Zeit, meine Möglichkeiten zu benutzen. Und in mir das zu verändern, was es zu verändern gibt. In mir Neues zu erschaffen. Und damit Neues ins Außen zu bringen. So ist es nun an der Zeit. Mit meinem Feld der Reinigung. Mit meinem Feld der Klarheit. All das zu reinigen, was Reinigung bedarf. All das aufzulösen, was ich nun auflösen mag in meinem Inneren. Und Klarheit und Reinheit herzustellen. Nicht nur in mir, sondern rund um mich. Nimm einige tiefe Atemzüge und lenke deine Aufmerksamkeit in deine Körpermitte. Lenke deine Aufmerksamkeit dahin, wo sich dein Punkt des Lichts befindet. Und erkenne dieses Strahlen, dieses Leuchten. Dieses wundervolle, helle Kraftfeld, das sich bildet aus deiner Körpermitte heraus. Leuchten, strahlen, kraftvoll, in direkter Verbindung mit der Urzentralsonne. In direkter Verbindung mit der Alma, dem großen Strahlen. In direkter Verbindung mit der göttlichen Einheit. In direkter Verbindung mit der göttlichen Einheit. Das göttliche Licht, das deine Körpermitte bewegt, stimuliert. Ein magnetisches Kraftfeld erzeugt. Ein recht sichtvolles Feld, welches sich ausdehnt und rund um deine Körpermitte liegt. Fühle dieses wunderbare Feld in deiner Körpermitte. Diese kraftvolle, reinigende, kugelndes Licht in deiner Körpermitte. Kraftvoll und magnetisch zugleich. Die Stärkung, die von ihr ausgeht. Die Klarheit, die in dir entsteht. Und wie sie beginnt, sich auszudehnen und gleichzeitig ihre Farbenergie zu verändern. Sich umzupolen und weiter zu fließen in einen zarten, rosa. Sich auszudehnen und auszuweiten bis auf die Höhe deines Herzens und hinauf zu deinem Wurzelschakra. Die zweite Energiekugel, die sich gestaltet, rund um deinen Körper. Erfüllt von einem zarten Rosé, welches in sich eine Wellenbewegung trägt. Leicht flirrend, wie Schmetterlingsflügel. Nimm mal, wie diese Kraft, wie dieses Energiefeld, all jenes aus deiner Wurzel löst. Was dir noch Abhängigkeiten und Verknüpfungen beschert. Wie dieses zarte Energiefeld, all jenes aus deinem Herzen transportiert. Was dich noch immer daran hindert, dich selbst zu lieben. Wo es uns zarte, zu lieben. Was dich noch immer daran hindert, mich über?' Und wie Oktol, wie ist das Zahm Long-Fuchs-Gerden. Das heißt, dass du, was du mit ihm überbringst, ein Wurzel steфing mal abgedrückt ist. Oh, ich bin froh. Ich habe doch vorstatt, wie du mit ihm überrasst. Die viertenаша. Sie wissen, was du mit ihm überrasst, wie du mit ihm überrasst. Ich bin, wie wird dir das, was du mit ihm überrasst. Welch wundervolle Energie, welch kraftvolle Energie hüllen, die deinen Körper einhüllen, die nähren und stärken, bereinigen und klären. Betrachte dich selbst und erkenne, wie die zweite Energiebewegung sich ausdehnt, weitet und öffnet und ihre Fortsetzung findet, in einem strahlenden Leuchten, in einem wunderschönen Zitronengelb-Weiß, übergehend in ein flirrendes Gold. Kraftvolle und dennoch zarte Zitronengelb-Weiße Energie, strömend wie die Wogen des Meeren, sich auflösen, in goldenen Glänzen, als ob die Sonne sich spiegeln würde, in dieser lichtvollen Energiekugel, in diesem lichtvollen Sein. Euer Feld der Reinigung und Klarheit, welches sich Schicht für Schicht rund um euren Körper überlegt, dient euch dazu, euch selbst zu reinigen und zu klären, auf allen Ebenen eures Daseins. Diesem Feld klärt sich euer Körper, eure Augenkörper. Mit diesem Feld seid ihr in der Lage, euch selbst zu harmonisieren, in allen Euren Belangen. Alles aus eurem Körper zu verabschieden, was euch nicht mehr dienlich ist, schmerzenbereit, Unbehafen, Unwohlsein, Mutlosigkeit, Angst, Verzweiflung, an die Gefühle, verändern sich lichtvoll, beginnen sich zu transformieren, dann, wenn sie mit dem Feld der Reinigung und der Klarheit in Berührung kommen. Lösen sich auf wie von der Zauberhand. so als ob eine magische Hand ihren Zauberstab geschwungen hätte und sich alles ins Gute bewegt. Sei die gute Fee in deinem Leben. Sei die lichtvolle Magie. Sei die Magierin, die Priesterin. Und erlaube, diesem Feld der Reinigung zu wirken. Ja. 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 Das ist so wichtig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Binde Glied zwischen Himmel und Erde, das Universum durchdringen kannst und all die Universen dahinter wahrnehmen kannst. Dehne dich aus, öffne dich. Verbinde dich mit allem, was ist und sei Teil von allem, was ist. Und lasse in diese Verbindung dein Feld der Reinigung hinein strömen. Lasse es wirken. 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 Nimm noch einige tiefe Atemzüge und Stärke mit jedem Atemzug, das Gefühl der Reinigung in dir, das Bild der strahlenden Schönheit und Klarheit und dann langsam und bewusst zurückzukehren. Zurückzukehren in dieses Hier und Jetzt, zurückzukehren in deinen Körper.